Was geht ab, meine Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Krypto-Update-Video. Bitcoin bei 29.250 US-Dollar. Eigentlich sind wir genau da, wo wir... Ich glaube, wir waren gestern genauso am gleichen Stand, wie wir jetzt gerade das Video aufnehmen. Egal, auf jeden Fall, es gab einen leichten Abverkauf. Wir haben leider nicht unser Long-Ziel erreicht. Die WIC-Order wollte er leider nicht mehr holen. Er ist unter die Marke von 28.800, in der Spitze 28.700 gefallen. In Richtung 28.600 wollte er dann leider nicht mehr. Wir sind dann abverkauft worden. Leichte Erholung. Ob das jetzt wirklich nachhaltig ist, das werden wir uns auf jeden Fall im heutigen Video anschauen. Doch bevor wir starten, lasst dem Video wie immer gerne ein Like da. Abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und gerne in die kostenlose Telegram-Talk- und Signalgruppe reinschauen. Wenn ihr Bock auf Updates, News und Signale, kommt da gerne rein. Der Link ist wie immer unten in der Videobeschreibung drin. So, und damit würde ich sagen, verlieren wir keine Zeit. Wie gesagt, Bitcoin 29.250. Wir sehen hier eine schöne Erholung. Wir haben sogar eine leichte Bullish-Divergenz auf dem 1-Stunden-Time-Frame. Aber wirklich nur mini-minimal. Trotzdem hat es jetzt erst einmal dafür ausgereicht, dass wir zumindest wieder die Erholung sehen. Und momentan ein bisschen steigen. Wir hatten ja gestern darüber gesprochen. Gestern gab es einigermaßen viel FUD. Wer weiß das schon? Um Huobi. Dann das USDT-Deepact, was mittlerweile sich so langsam aber sicher wieder einpendelt. Also wir sind schon wieder so knapp unter, ja ich sage jetzt mal 1-zu-1-Ratio hier. Sieht einigermaßen wieder gut aus. Und deswegen auch der Kurs wieder einigermaßen stabil hier. Ziel, im Endeffekt genauso wie gestern, gehe ich erst einmal davon aus. Golden Pocket hat sich jetzt minimal verschoben auf 29.500. Dass das jetzt erst einmal das erste Ziel ist. Sollten wir hier ohne Probleme durchballern, dann sind die 30k auf jeden Fall weiterhin drin. Also wie gesagt, daran hat sich eigentlich nichts geändert von gestern zu heute. Ziel sind weiterhin hier oben ungefähr die 29.500, 29.600 bis maximal 30k. Um dann hier eben die Short-Position reinzusetzen, um dann unten abzuverkaufen. Wäre natürlich cool gewesen, wenn wir gestern hier noch diese kleine Order hier abgeholt werden um 29.600. Dann hätten wir hier ein bisschen Spielraum, um hier ein bisschen zu hedgen. Das heißt Long und Short hier gleichzeitig offen zu lassen. Danach sieht es aber derzeit einfach nicht mehr aus, dass wir hier nochmal runtergehen könnten. Weil wir jetzt eben hier auch, sag ich mal, am Falling Wedge hier derzeit am oberen Ende angekommen sind. Ansonsten volumentechnisch, klar, wir hatten dann gestern hier nach diesem Abverkauf eine schöne Volumenkerze hier nach oben hin. Aber ansonsten ist hier weiterhin sehr, sehr wenig los. Meiner Meinung nach, wenn wir uns mal den US-Dollar angucken, auch hier wenig Veränderung. Die amerikanischen Börsen setzen zu Recovery an. Also das sollten wir heute im Laufe des Tages mal ein bisschen im Blick behalten. Weil bekommen wir eben diese Gegenbewegung beim Nasdaq, beim S&P 500 und natürlich auch beim Dow Jones, sehen wir hier ganz gut, Dow Jones gestern schon sehr, sehr stark gestiegen. Könnte das für die Kryptowerte natürlich auch nochmal eben unsere 30.000 US-Dollar bedeuten. Also danach gehe ich momentan, ich versuche mich momentan ein bisschen mehr noch mit den Börsen zu beschäftigen. Beziehungsweise halt mit den traditionellen Märkten. Sollten wir nämlich hier, wie gesagt, noch ein bisschen höher steigen können. Dort, wo wir es jetzt eben gerade angesprochen haben, sehe ich, wie gesagt, Bitcoin hier oben bei den 30k. Und das ist auch für mich persönlich eher hier die Short-Möglichkeit als die 29.6. Weil ich habe es gestern schon dazu gesagt, wir haben hier oben noch einen Wig. Und wenn wir jetzt im Endeffekt hier bei den 29.6 oder 29.5, wo jetzt das Golden Pocket ist, klar, wir hatten hier massiven Widerstand. Wenn wir uns das mal hier so ein bisschen angucken, hier ist das Golden Pocket circa. Immer wieder Widerstand. Aber wir haben halt darüber noch ordentlich Liquidität liegen. Einerseits hier durch diesen Wig und natürlich hier oben durch diese Box. Und das heißt, um ein bisschen safer hier reinzugehen, müssten wir theoretisch bei der 29.6. Stop-Loss über die Marke von 30.5 legen oder 30.4. Das sind halt 3%, das ist ein bisschen viel. Und sollten wir dann theoretisch hier durchballern und dann erst hier oben bei 30k ein Trade aufmachen, halbiert sich halt im Endeffekt das Ganze. Deswegen würde ich die Chance, dass wir hier einen Short reinmachen, sehr, sehr gering einstellen. Das Risiko ist mir einfach zu hoch und dann eher hier oben auf die 30k spekulieren. Hier oben liegt auch deutlich, deutlich mehr Liquidität. Gerade mal ein bisschen in die Heatmap reingeguckt. Also auch da deutet mehr auf 30k hin, anstatt dass wir jetzt gleich den Crash kriegen. Aber trotzdem, ich habe es gestern dazu gesagt, mein primäres Ziel bleibt einfach weiterhin dafür, dass wir die 30k holen und dann Richtung 27.600 US-Dollar runtergehen. Wir haben viele News diese Woche, die könnten auf jeden Fall Auswirkungen haben, um dann eben für diesen Abverkauf zu sorgen. Wer weiß, was da noch in alles kommt. Und gestern hat dann Paypal noch seinen Stablecoin angekündigt, der meiner Meinung nach nicht wirklich geil ist. Also läuft über Pexos. Pexos hat immer wieder auch so ein bisschen Scheiße hinten dran und sowas. Also da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Und ansonsten richtig dezentral ist das ganze Ding halt auch nicht, weil du es im Endeffekt nur auf Paypal und sonst wo derzeit handeln kannst. Aber gut, schauen wir mal, ob das möglicherweise trotzdem einen positiven Einfluss haben könnte. Gehen wir rüber zu Ethereum. Auch hier nicht wirklich was getan. Wir können das jetzt hier jeden Tag ein bisschen weiter rausschieben. Ziel, wir sind gestern ein bisschen tiefer wieder gefallen, haben hier eine Bullish Divergence erzeugt. Wir sind auch nicht unter diese kleine grüne oder diese dünne grüne Box drunter gefallen. Also ich weiß alle, was ich euch da noch erzählen soll. Also Bitcoin ist ein bisschen interessanter. Aber ansonsten bleibe ich dafür. Wir gehen hier nochmal hoch. Würde zu Bitcoin 30k passen. Also das heißt 1882. Dort oben kann ich mir sehr, sehr gut den Short vorstellen, um dann abzuverkaufen Richtung 1740 US-Dollar. Also mehr tut sich einfach derzeit nicht. Deswegen halten wir es kurz. Wollte ich noch was sagen? Ne, auch da hat sich noch nichts getan. Euro, also jetzt mal ganz kurz den Marktausblick ein bisschen durchgehen. Da tut sich aber derzeit einfach auch noch zu wenig. Also gut, dann würde ich sagen, trotzdem gerne ein Like da lassen, Abo da lassen, Telegram-Gruppe joinen und ja, hier. Das auch gerne anhören, wenn ihr Bock habt. Neue Folgen werden die Woche noch aufgenommen. Ja gut, auf jeden Fall war es das von mir. Ich wünsche euch einen schönen Start in den Tag und wir hören uns dann morgen wieder. Bis dahin. Ciao, ciao und wie immer. Stay quick.